Hier ist nix anscheinend. Lass mal kurz hier. Irgendjemand loopet grad. Über uns, ja. Warte. Hast du ne Nate? Ne. Warte mal lass mich auf die andere Seite. Ja warte der ist da. Ich kann jetzt gerade nichts machen leider. Warte, warte, warte. Nicht getroffen. Einer ist links. Ja. Einer hier bei mir ausgenockt. Oh, der ist oben, der ist oben, der ist oben oben. Tot, tot, tot. Ich dachte der steht da, der steht da im Raum. Ja das ist der. Seh ich ja, zwei Leute. Der eine steht da. Hat n Handy. Wuh. War der K. Ja. Noch n Handy. Kam dein K Schuss später an? Weiß ich nicht. Also, bei mir sah alles gut aus. Wie viele sind noch hier live bei? Ehm, 35. Ich hab noch n hinten. Wollen wir die pushen? Keine Ahnung eigentlich. Eigentlich müssen wir es nicht. Ah, der läuft nach hinten weg. Ich seh ihn nicht. Ah, der ist jetzt hinter dem Haus, wo oben diese blaue, diese blaue Überstaste. Okay. Ganz links. Airdrop kann noch stimmen. Aber ein bisschen weiter weg. Der würde ins Haus reingehen. Dann, wenn es glaube ich 10 Spieler oder so gewonnen hast. Oder wenn es wirklich im Level, da gibt es ja Levelsystem oder Lost. Nee, ich denke mal, es gibt Ranking. Ja, ja, wenn du im Ranking aufsteigst, kann man immer mehr Real-A-Spiele dazu. Mobile gibt es halt Ranking, aber halt nicht in dem richtigen. Wie, die haben eine Mischung aus Bots und echten Spielern? Ja, irgendwie sowas. Also ich habe immer wieder, die meisten, die so komisch agieren, die haben auch so einen Autolog. Die laufen rum und auf einmal loggen die auf dich an, wenn du rückgängig bist. Oh, oben am Dach. Ist tot. Und jedes Mal, wenn ich dir schieße, haben die meisten so einen Shotgun dabei. Streamst du das dann über USB oder wie machst du das? Das PUBG Mobile? Entschuldigung? Das PUBG Mobile, ob du das über USB dann streamst oder wie machst du das? Ja, ich habe so eine App, die Leute haben mir so eine App gesagt wegen für Android. Da kannst du das über Wifi. Ach, über Wifi? Einfach ein Bild duplizieren auf dem PC. Uh. Was war dir? PUBG Mobile, oder weißt du? Jo, ich auch mal streamen. Wir laufen zwei. Ich halte mal an dem Stein und wir machen was ganz crazy-mäßiges. No. Der eine legt sich erst an. Glaub ich noch einen Car-Buddy-Hit bekommen. Hinter uns kommt was. Ich kümmer mich um hinter uns. Der Granat ist tot. Der ist auch tot. Uh. Sauber. Airdrop ist runtergekommen. Hinten 115. Sollen wir den gleich holen? Ja, ne? Ja. Ohn Helm. Die müssten jetzt einen Helm dabei haben. Erstmal zum Drop, oder? Ja. Erstmal drauf. Der steht eh in der besten Pose, die du hier haben kannst, ey. Das scheiß Hützchen unten in der Kuhle ist halt mega nice. M24. Jo. Ja, nimm du dir. Passt schon. Guck mal, wo der Typ da ist. Oh, okay. Hat aber ein 3er Helm gehabt. Autopack. Oh, der andere hat auch einen Hütz. Ich kenn noch was Volk von denen. Willst du kurz hierbleiben? Bist du hier safe soweit? Ich komm mit einfach. Passt schon. Okay. Jo Neon. Hey. Props. Danke euch fürs Folgen. Oh, schießt er auf dich? Die sitzen ja mehr im Airdrop. Ich seh ihn ja. Alles gut. Hat ein Headshot der eine? Hab ich gerade? Lol. Der hat den 24 weggeschmissen. Du machst das, ne? Ja, den einen zumindest. Ich weiß nicht wo der zweite von ihm ist. Ich bin erstmal gefinished. Der andere ist am Drop. Da wo wir vorhin waren, ja. Oh, meine Halle sind glaube ich aufrecht. Oh, der hat eine AWM. Shit. Der hat mich ausgenockt mit einem Headshot. Der hat aber auch einen Headshot bekommen. Ich bin hier safe. Der ist an diesen gesplitteten Baum. Der da am Drop ist. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hab schon gesehen. So, ist der Maid wahrscheinlich erstmal hoch. Der Maid ist tot. Den hab ich gekillt. Achso, ja. Schlimm. Ja. Alter, wenn er mich jetzt trifft, ne? Der, der sieht den Smoke gegebenenfalls nicht, ne? Wenn du Pech hast. Hatte ich auch schon. Ja, ja. Die scheiße. Die scheiße Smokes, ey. Ja. Ah, jetzt hab ich leider keinen Helm mehr. Der kommt, der kommt. Ich seh nix leider. Hit. Tot. Nice. Okay. Wenn das der war, wenn das der war. Aber das tut dann noch aus. Scheiße auf die AWM. Ja, lass lieber in die Zone, genau. Ach, come on. Nicht ganz, aber. Hier, der Stein dahinten. Sollen wir den gleich einnehmen? Am Strand ist auch was. Da steht ein Boot. Die sind, ah, die machen die Wassertaktik. Ja, dann lass zum Stein fahren und dann das Boot zerschießen, würde ich sagen, oder? Ja. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich Beschuss bekommen aus dem... Ich denke mal, ja. Aus dem Ding. Ja, links rechts von uns auch. Da sind sie rechts hinter uns. Hinter dem, äh, hinter dem Uaz. Ich park mal hier. Wir haben ja noch eine Ridge. Ich stell das mal so hin, dass wir hier ein bisschen... Einer hat nen Hit ganz hinten, der gerade oben fehlt. Hinter uns aufpassen an der Stadt. Uaz guckt gerade nur auf mich. Wo kommt der her? Hinten schieß der jetzt. Ja. Ich glaub... Ich kann's nicht sporten. Na. So, ich sporte. Also ich bin hier auf jeden Fall safe. Wir sind in dem, in dem, in dem türkisen Haus. Weißt du mit diesem komischen... Kaffee, ne? Ja genau, das Kaffee. Ja, dann lass einfach warten, würde ich sagen. Guck mal, da kommt einer, wo wir gekommen sind. Südosten an dem Stein. Ja, der circle drüber. Der Dude hat nen Hit. Kaffee, Kaffee. An der Tür. Alter. Ja. Das war von hinten. Oben, die sind jetzt einer aus 125 Südosten und hat die zwei am Kaffee... Also zwei, zwei. Ich weiß nicht, ob einer durchs Wasser kommt. Von den Dudes, die hinten waren. Ja. Die haben halt echt ne Scheiß, gute Pose da oben drin, ne? Aber wir haben die bessere, glaub ich. Die müssen irgendwann raus. Ja, es wär geil, wenn ich jetzt rauszerklen würde halt, ne? Ja. Ja. Also bei den Steinen, wo wir vorhin waren, da sind welche am orangenen Baum. Okay, ja. Ja, die werden erstmal... Wahrscheinlich haben die jetzt aber die Zaun für sich, ey. Einer hat nen Hit bekommen an den Stein. Warte mal, ich muss mal das Auto zerschießen. Ja. Die laufen rein. Kriegt aber Feuer vom Kaffee. Ja, wir müssen zu denen. Am Baum sind welche? Der Baum hat nen Hit. Okay. Das sind beide Baum. Ne, einer ist hinten am Stein noch, ne? Hinten am Stein ist ausgenockt. Okay, nice. Kaffee schießt du wieder? Ähm, beide tot. Also nur noch Kaffee. Ja, das sind die letzten. Ich glaub der Dreier hat nen Headshot bekommen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, die Zone. Die ist ja jetzt einfach nur noch offen, ne? Ja. Das ist eine Zone, Mann. Das besteste, Mann. Steht noch 10. Ja, was machen wir jetzt? Das ist ja mal mega doof. Haben wir Smokes noch? Ja, eins auf kick links. Eins auf kick links. Ich hab keinen Smokes, Mann. Ah, Mist. Nur Explosive. Ich seh ihn leider auch nicht. Freya hat nochmal nen Hit. Muss nen Hit gewesen sein. Also ich hab jetzt kein Blut gesehen, aber. Der eine ist links. Die Dreier ist noch hinten an diesem... Sollen wir uns aufteilen? Splitten? Irgendwie, dass wir von verschiedenen Ecken reinkommen? Boah, ich weiß nicht, ey. Die haben halt das Glück, dass die halt am kürzenden Ding sind, ne? Ich glaub wir sind beide gleich entfernt, oder? Einer will oben raus springen? Dann lass sie jetzt schon mal vorrennen. Oh shit, trifft mich. Unten links ist der. Unten links. Du bist gerade allein, ich halb mich kurz. Ja. Passt schon, passt schon. Beide sind links. Ich hab mich erstmal hingelegt. Komm links raus. Wir sind beide im Auto. Ich seh leider nix hier. Ich bin in der Zone. Wir sind in der Zone. Einer ausgenockt. Und der andere will fahren, glaub ich. Bestes Threat ever. Let's go! Ja, das war! Na, in den Swingers, wooh, Von Der Jungle VIP. Ich beobacht die Idee und musste es nicht zu lassen. Und das ist was meitere. Bis zum nächsten Mal.